Willkommen zurück zu LWS Mario 64 Ja Verkackt Ich wollte eigentlich, genau, yeah Mario ist der einzige, der eine Treppe quasi als Skisprungschanze benutzen kann Ohne Skier Nochmal, komm Komm kleiner Yeah So, wir brauchen noch 5 Sterne Wo holen wir die? Ist ne gute Frage, ich weiß, kannst du selber nicht mal beantworten Da haben wir schöne, tolle Musik Aber, Wasserlevel, mag ich ja nicht Hab ich ja gesagt Wollen wir es da holen? Haben wir nicht da schon? Ne, da haben wir schon alles, ne? Mal überlegen, wo haben wir noch nicht alles? Jam, jam, jam Haben wir hier schon? Ach, ich muss mal ein bisschen leise auf meinen Augen Das ist immer ein bisschen laut auf meinen Augen, ich weiß nicht Ich bin aber auch zu faul, das jetzt im Also meine, meine Kopfhörer gehen jetzt nicht noch leise Aber ich bin auch zu faul, das im Emulator umzustellen Oder natürlich beim Windows Soundmanager, weil Dann muss ich zumindest die Soundspur nochmal Neu korrigieren Nachher in der Nachbearbeitung Und es reicht, dass ich meine Stimmspur schon immer korrigiere Noch extra und anpasse Und ne, will ich nicht noch mit den anderen Stimmen auch noch Äh, mit den anderen Stimmen vor allem Ja, es sind mehrere Stimmen Mit der anderen Soundspur auch noch machen Ich hab hier gar keinen Plan, wo ich hin soll Man Wir gehen jetzt einfach da rein Held Du bist dein Held, Fopsi Okay, wir machen folgendes Wir gehen in den Keller Nein, wir gehen nicht in die Wüste Weil die Wüste Obwohl Doch, wir gehen in die Wüste Wir gehen in die Wüste Ja Also im Prinzip Ja gut, prinzipiell brauchen wir noch 6 Sterne Wenn man es mal so sehen möchte Weil wir Häschen 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 Ah Ah Hat sich mal nicht geklappt War ich es anders? Ich will das nochmal fangen Ach Mario, da kannst du springen Ah, diesmal nicht Gut, lassen wir das einfach mal Lassen wir das Häschen Nieschen sein, oder? Ah, okay No, no, not you again I'm a great hurry Can't you see? I've no time Skaveler over stars You have it Bla, bla, bla So Wir brauchen noch 4 Gut Oh, sieht das nicht süß aus? Äh, voll Wie ein zugedröhntes Häschen Komm, wir nehmen dich Mit Kannst du in der Wüste schmoren Wir schmeißen dich Stand tall on the four pillars Ähm Könnten wir natürlich auch machen Ist ne gute Idee Das ist schlecht Das ist ne schlechte Idee Ich hab überlegt, ob wir die roten Münzen sammeln Aber wir können auch das andere machen Das ist eigentlich auch keine Das ist doof Ich muss dazu sagen Ich bin einfach zu blöd Da hoch zu kommen Ich weiß nicht, woran es liegt Gut, an mir Natürlich, ist klar Aber So, dann geht mal her hier. Bla 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 bla. Nee, nee, nee. Oh, oh. Na, ich will die Münze haben. Na, ich will die Münze haben. Danke. Hmm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Hat das schon gereicht, die Münze einzusammeln? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Gut, den hatten wir schon. Das ist klar. Ach, wir sammeln jetzt einfach die roten Münzen, wenn gut ist. Wenn möglichst, ohne großen Schaden zu nehmen. Hier will ich jetzt nicht unbedingt. Komm, wir machen mal so. Das ist ein bisschen einfacher gerade. Ohne das Ding. Ist mir gerade etwas zu riskant. Weil wenn ich hier reinfalle, bin ich sofort tot. Was sehr blöd ist. Das ist schlecht. Danke. Rote Münzen. Moment, man sieht sie ja hiermit ganz gut. Das ist so ein kleiner Trick im Ego-Shooter-Modus. Da sieht man die roten Münzen. Das ist etwas. Naja. Das ist halt Mario 64. Immer freundlich zu einem. Und wir brauchen eine Kanone. Die ist dort hinten. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Flugkappe. Das heißt, wir brauchen eine Flugkappe. Ja. Du lass mich in Ruhe, du Mistvieh. Lass mich in Ruhe, hab ich gesagt. Ja, da will ich auch nicht rein. Ja, komm mal her. Traust dich nicht, hä? Ja. Ist mir klar. Dass du dich nicht traust. Feiges Mistvieh. Hä? Lege dich nicht mit Mario an. Ja, da machen wir jetzt erst die Aufgabe. Einfach, weil wir schon hier sind. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, Wirbelsturm. Lass mich in Ruhe. Holen uns noch ein... Lassen das Leben in Ruhe. Ja, ich entscheide mich immer gern spontan um. Das dürftet ihr schon mitbekommen haben. Also, ich will jetzt da hoch. Wenn die Kamera mir eine gute Position gäbe, damit ich nicht unbedingt gleich in den Tod falle. Ist das immer super. Ach ja. Die schöne Pyramide von innen. Naja, schön ist hier eigentlich nichts, aber... Was will man machen? Öh. Und... Ab geht die Luzi. Obwohl, das ist... Man muss sagen, das ist der interessanteste Bosskampf. Naja, eigentlich nicht, aber ist nicht uninteressant. Who walk here? Who breaks here? Who breaks here? Wake ancient ones. We know like light. Rumble. We no like intruders No battle hand to hand Yeah Das war doof Das ist an sich kein Problem Das Teil muss man mal so sagen Der ist doch relativ human Für ein Mario 64 Die sind alle nicht so schwer Muss man ja sagen Ich mein Es gibt bestimmt noch kein Wo ihr gesagt habt Der ist schwer Grumble What happened We Quashed like pebble You're so strong You rule ancient pyramid For today Now take star of power We sleep Darkness Ja Genauso stelle ich mir Übrigens kämpfnisch Mit dieser Stimme Stelle ich mir Sprechende Steinstatuen Stein Hände Mit Augen In Pyramiden vor Nur damit sie es wisst Here we go Ja Sehr schön Und sehr elegant Wieder ins Level zurück Free flying for the red eight coins Genau das machen wir jetzt Nein 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 Ah komm wo wir schon hier sind Verkacken wir erstmal den Aufsprung wieder Weil wir doch dann hier schön erstmal bla 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 Ja, man muss auch treffen Ich hasse das Flugverhalten Das Flugverhalten ist zum Kotzen Komm, hol ihn hier Ja, sehr schön Jetzt die Einfach drauf zu, Mario, so ist gut So ist schön Und jetzt noch da hinten Ja, dafür verlieren wir zu sehr in Höhe Obwohl, gucken Nee, schaffen wir nicht mehr Alles klar Dann nochmal neue Starthilfe Sehr schön Oh, so elegant, wie ich da an die Kanone reingehe Ist auch ein Träumchen Hui Mario Nein Fuck you Fuck you Flying for eight red coins Du willst nichts von mir Jawohl Ich sage, ich bin zu blöd, da hochzukommen Also, mit einem Sprung und elegant vor allem Ach, komm schon Mario Mario Nein Das war cool Das war sehr, sehr gut gerettet Juhu Bla, 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 bla Ich könnte natürlich auch von den Säulen hochspringen Die haben, die sind nämlich auch eine schöne Starthilfe Äh, will ich aber nicht Sag ich einfach mal ganz gleich so Ich saß einfach nur mal Will ich nicht Dam, 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 dam Krantanplan War, hä, hä, hä Hund in Lucky Luke, genau Krantanplan Besser als Lucky Luke Nein, natürlich nicht Krantanplan war nervig Muss man ja echt mal sagen Krantanplan war ein nerviger Hund War ein nerviger Charakter Komm, komm Hör, hör Ja, ist gut So, weg mit dir Du scheißvieh Du bist eh nur sehr nervig Mh, yum, 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 yum Ja, jetzt verdeck mir nicht die Sicht, du Mistding Das ist sehr, sehr unhöflich So, und die Flugkappe ist weg So, sechs Eine Münze ist noch hinten Bei dem Dingens Das weiß ich Äh Achso Sehr gut So, eine hatten wir hier noch irgendwo Irgendwo Münze Hier war doch noch eine Hier war doch noch eine Hier War keine Hör mal Der hackt's wohl Ja Da So, wo ist die letzte Es ist die immer gleiche Frage Wo ist die letzte rote Münze Haben wir aber auch gleich geklärt Wenn ich jemals da hochkomme Wobei ich schon eine Idee hab Wo sie sein könnte Äh Wahrscheinlich irgendwo da hinten Ja, komm, lass in Ruhe Gib mir das Teil mal Das geht grad wesentlich angenehmer Gut, dass wir's hatten Mh Nein, 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 nein Oh, Gott Das war knapp Dann machen wir's halt anders Ach, warte Ist mir nämlich auch grad in den Sinn gekommen Da gibt's doch noch was hinten Es gibt doch auch noch einen hinten Das machen die sau gerne Das hier so zu verstecken Äh Wir machen das jetzt mal ganz bescheiden Nein, 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 nein Nein Ich hasse mich Das tut schon echt weh Ich hasse mich Warum tue ich sowas Ich wollte doch Warum tue ich sowas Warum hält man nicht Warum hält man mich nicht ab Von solchen Aktionen Was ist der Grund für das Madness? Warum bist du das? Are du insane Nein, 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 nein So, den noch. Wunderbar. Jetzt holen wir uns die dort. Auch wenn das Ding gerade zurückkommen will. Warum tue ich sowas? Immer wieder. Es gibt hier einfach keine Menschenseele, die mich von solchen idiotischen Sachen abhält. Nein, 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 nein. Ja, gut, platt ist besser als runter. Nein, 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 Kamera. Kamera. Don't do this to me. Hat der meine Mütze? Hat der meine Mütze geklaut? Ja, hat er. Äh, jetzt muss er echt noch die Mütze fangen. Das ist ja super. Es gibt kaum was nervigeres als seine Mütze. Scheißvieh, ey. Meine Fresse, ey. Äh, ich weiß nicht. Au. Ich wollte das eigentlich in zwei Parts fertig haben, aber nö. Ja, also komplett. Das ganze LP natürlich. Sag mal, Kollege. Ja, komm, nehm ich. Ich seh schon, jetzt sterb ich gleich wegen diesen Dingern. Ja, nee. Heute nicht. Heute nicht. Jum, 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 jum. Here we go. Gott, war das scheiße. Free flying for eight red coins. Save and continue. Einen machen wir noch. Äh, hab ich hier alle. Nee, stimmt. Der Vulkan war noch. Richtig. Äh, der beschissenste Stern hier in dieser Welt. Aber wie sollte es auch anders sein? Passenderweise ist es natürlich der letzte der beschissenste. Und rein da. So, da geht's lang. Hier ist nämlich die Kamera richtig beschissen. Hier merkt man, oder sagen wir mal so, hier merkt man erstmal richtig, wie beschissen sie eigentlich ist. Obwohl sie gar nicht schlecht ist, betone ich immer wieder, wie beschissen sie ist. Aber sie war verhältnismäßig zu der Zeit echt gut. Das muss man doch immer wieder zusagen. Aber jetzt aus heutiger Sicht ist es doch schon ein bisschen veraltet. Aber auch viele Spiele haben heute noch Kameraschwächen. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm. Das kann man gar nicht leugnen. Hier zum Beispiel komme ich nicht wirklich in einer schönen Position. Nein, 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 nein. Oh, Gottes Willen. Leck mich am Arsch. Nein, 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 nein. Oh, Kamera, bitte. Oh, Kamera, bitte. Warte mal, es gab einen... Genau. Es gab ja diesen Mario, genau. Zentriert hinter Mario. Stimmt. Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Ja, die hat sich immer wieder hinter Mario zentriert. Ähm. Ja. Haha. Man muss mit der Kamera ein bisschen spielen. Ein bisschen arbeiten, Leute. Elevator. Tür in. Okay, now. Safe and continue. Und wir brauchen noch einen Stern. Und ich... Weiß, wo ich ihn holen will. Nö. Weiß ich eigentlich nicht. Weiß ich das? Weiß ich das nicht? Warte, ich bin gerade mal überlegen. Äh. Doch, ich glaube, ich weiß, wo ich den holen will. Ja, wir machen das jetzt noch. Ich will das nämlich in zwei Folgen durchknallen jetzt. Plug in. Hallo, Spindchen. Hallo, du. Äh. Äh. Einmal da durch, bitte. Einmal down. Äh. Äh. Genau. Und zwar hier will ich das. Ich muss wieder hoch. Warte mal. Wo muss ich denn nochmal hoch? Und da hoch? Sehr schön. Ist eigentlich eine coole Idee, aber irgendwie auch sehr nervig. So, gib mir mal die Mario-Perspektive. Äh. Genau. Da oben. Ich will da lang. Schön. Ach komm, hab dich nicht so. Was? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Schön da lang. So, wir machen das nämlich ein bisschen schneller hier. Ich gehe jetzt nicht außenrum mit der Plattform die ganze Zeit. Das ist mir zu doof. Nein, nein. So. Willkommen zu der nächsten beschissenen Fahrt. Wo die Kamera auch wieder beschissen sein darf. Nein, eigentlich nicht. Die Kamera darf niemals beschissen sein. Äh. Hier machen wir es ganz einfach. Pam. Wir sprengen uns den Weg frei. Vor allem sprengen. Wir. Schlagen uns. Ja. Uns den Weg frei. So heißt's. Gott. Jetzt muss ich schon einfachste Wörter überlegen. Dieses Rattern von diesen Viechern. Ey. Super Sound-Effekt. Danke. Danke dafür, dass ich das nochmal demonstrieren durfte. Wie beschissen dieser Sound-Effekt war. Da, 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 da. Da, 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 da. Nein. Nein. Das ist ab hier nicht. Aber ist ja egal. Ich wäre hier am Ende gewesen. Ja. Das kann man durchaus doppeldeutig verstehen. Ich wäre nicht nur metaphorisch am Ende gewesen. So, einmal da rüber. Dann gehe ich nochmal da drauf. Das ist nämlich gerade ein bisschen schneller und einfacher zu lösen. Wo geht's da nochmal lang? Wo geht's da nochmal lang? Ist eine gute Frage. Hm. Ah, komm schon. Dann halt nicht. Ah, wir wären so. Ich soll mal bei 28 Minuten rauskommen. Wenn ich jetzt nicht ganz so schlecht bin. Also 30 Minuten. Äh, ich möchte nach rechts. Und da lang. Warte mal, da ist doch eine Münze. Wo habe ich eine Münze vergessen? Ach ne, das ist die. Das ist der Schatten von der Fledermaus. Alles klar. Und jetzt da lang. Dün, 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 dün. Münze. Nächste Münze. Kamera, bitte. Komm. Nein, nein. Warum? Muss eigentlich immer gleich wieder alles verschwinden. Wenn man da runter geht. Das macht keinen Sinn. Es macht Sinn, dass es sich resettet. Okay, ich sehe den Sinn schon. Aber trotzdem ist es nervig. Kann das Spiel nicht erkennen. Ach, ist mir egal. Gut, ist mir nicht egal. Sonst würde ich nicht drüber meckern. Aber, naja. Ich behaupte einfach, ist mir egal. Jetzt habe ich mehr rote Sterne gesammelt, als ich ja ursprünglich immer wollte. Aber, naja. Gut. So sei es halt. Highscore. 21. Save for the Red Coins. Blah, you found 17, wollte ich gerade sagen. 70 Stars. Blah, blah, blah. 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 Hab ich schon mal erzählt, dass ich ein Vollidiot bin? Ich glaube nicht. Was ein wunderschönes Ende für diesen Part. Ist mir nämlich gerade eingefallen, wo ich da rauskam, dass ich glaube, bei dem auch noch was zu kriegen. Oh Gott, bin ich doof. Das war nämlich ein Stern, den ich sonst immer geholt habe. In jedem Durchspiel. Oh Gott. Okay, ich sage nur mal, macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten... Oh Gott, ist das denn hier... Ist das dämlich? Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal zu. Finalen Part. Dann holen wir noch... Suchen wir noch mal 8 rote Münzen und treten einen Bowser in den Arsch. Zum letzten Mal. Und ja, bis dann, liebe Leute. Macht's gut. Esst mehr Spaghetti und... Bolognese. Macht keinen Sinn. Nein, esst mehr Spaghetti und Pizza. Bis dann.